Nummer 5. Staubreinigungsbürste mit Teleskopstange aus Edelstahl. Sie hat einen leichten Griff und kann schwer zu reinigende Ecken erreichen. Dieses Set ist aus hochwertigen Materialien hergestellt. Die abnehmbare und waschbare Haube besteht aus Mikrofasertuch, das weich und sanft ist, die Oberflächen nicht beschädigt und eine starke Saugleistung hat. Ideal für die Reinigung von Fenstern, Hängelampen, Möbeln und vielem mehr. Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. In der Beschreibung finden Sie den Link für dieses Produkt. Nummer 4. Dieses zehnteilige Staubsauger-Set enthält einen extra feinen Verlängerungsstab, zwei Mikrofaser-Federstaubwedel, einen Schernille-Fächerstaubwedel, zwei S-Palsstaubwedel, einen Spinnwebenwedel, einen Jalousiepinsel, einen kurzen Staubwedel mit einem Stiel und einen Mob. Die ausziehbare Stange ist aus rostfreiem Stahl gefertigt. Das Set ist leicht zu zerlegen und zu reinigen. Erhältlich in drei verschiedenen Farben. Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 3. Set bestehend aus fünf Staubfängerstücken. Der Stab ist ausziehbar. Die Staubtücher sind aus Mikrofaser gefertigt und nehmen Staub effektiv und mühelos auf. Die Reinigungstücher sind maschinenwaschbar. Dank der innovativen Mikrofaser saugt der Staubwedel Staub und Haare mühelos auf. Der Kopf des Staubtuchs ist sehr flexibel und kann gebogen werden, um schwer zugängliche Stellen zu reinigen. Der weiche Gummi an der Oberseite sorgt dafür, dass die Oberfläche von Möbeln oder Wänden beim Reinigen nicht zerkratzt wird. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 2. Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis für dieses Reinigungs-Set. Der Stab ist ausziehbar und aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Ideal für die Reinigung von Rollläden, schwer zugänglichen Ecken, Decken- und Deckenventilatoren. Es handelt sich um ein Set mit langlebigen Reinigungsbürsten. Die Schwämme zum Auffangen von Staub sind waschmaschinenfest. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 1. Teleskopischer Staubwedel bis zu 2,5 Meter ausziehbar. Das Set besteht aus sieben abwaschbaren Teilen. Ein hervorragender Staubsammler, der mit verschiedenen Zubehörteilen ausgestattet ist und sich sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Gebrauch eignet. Er kann als Staubpinsel, Spinnwebenbesen oder einfach zum Aufsammeln von Alltagsstaub verwendet werden. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt.